Ich heiße Sven Kredik und bin Barriere-Tester. Im September 2017 wurde die Barriere-Tester von der Diakonie Auerbach gegründet. Seit 2018 ist auch Blauen eingebunden. Wir sind eine gemischte Gruppe von verschiedenen Handicaps. Ich bin ein Spastiker und sitze im Wohlstiel. Wir testen Fragen in öffentlichen Einrichtungen nach, ob wir sie auf barrierefrei testen dürfen. Die meisten sind mittlerweile für das Thema sehr offen. Zusammen mit dem Touristikverband Vogtland haben wir ein Fragebogen entwickelt, die der Di-Norm 1840 entsprechen. So arbeiten wir Punkt für Punkt ab. Unsere Testergebnisse werden den Getesteten zusammen mit Verbesserungsvorschlägen zugeschickt und im Internet veröffentlicht. Die Arbeit in der Testogruppe macht mir sehr viel Spaß. Ich lerne andere Menschen kennen. Und meine Meinung und Ideen sind gefragt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.